hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom team chaos public mit der erste dem look aus dem man die dem paul im uwe und dem wunderschönen so kurz mal irritiert dass meine man abladeträger nicht kam gut falschen anhänger ausgewählt man kennt es das muss im hof wurde um es gibt nur zwei mühle hat er gerade gesagt das heißt die ist bei uns auf dem auf dem hof braucht braucht noch jemand ein abfahrgespann ich ja stimmt tschuldigung sorry sorry kann ich schon wieder vergetzen ja ich bin alt minus 3 3 kommen erst mal dies alter uwe dass ich das erlebe und nicht vorher vergesst zu atmen oder so aber zuzutrauen wäre es auch sehr über euren support ich mache nur die insel einfach sauber mani wie voll bist du denn schon dann lasse ich den hier mal stehen weil dann kümmere ich mich mal kurz um das schneidwerk erstmal auf dem feld ziehen dann ist das da nicht im wege alles alles gut man dieser stört glaube ich nicht dann ist gut 180 also ich bin problemlos dran vorbeigekommen das ist okay das passt dann ist gut warum braucht das für das emote nitro so blöd welches willst du denn ich hab keinen bock mir nitro zu holen noch was so viel bezahlen muss welches paul ach von lila hier dieses äh meinst den an dem letzten da die animierten sind die animierten sind alle mit mit nitro ich merke ich habe heute endlich nach einem jahren die mots angefragt wie es wird läuft bei dir was hast du dir schrieb dir vor wird es schon verraten überraschung sie mal 80 prozent hast du nicht gesagt du machst die beiden felder also kann ich gerne auch ich bin gerade fast am hof um bei der getreidemühle abzugeben okay warte dann muss ich hier kurz mal rückwärts rein wo ist denn der mike auf 36 osten da hinten ist er noch nicht ganz volle das ist nur soja aber du musst nicht durchfallen weil du breiter bist wie ich ja deshalb also vielleicht hätten wir das brauchen soll ja okay dann fange ich hier mache ich hier weiter ich denke auf der leitplanke kann mir mal jemand ein bisschen power geben was ein bisschen spinne hat ja bald ein rechts nicht mein recht dann wieder aus vielen dank sehr gerne kommt mit auf die rechnung ich bin leer du kannst ab weg fahren oder ich mach mal schmackes und fahr mal vor dir weg ich versuche mich mal so zu positionieren dass du auf dem rückweg einmal selber abtanken kannst das ist lieb von dir danke ja wird sich jetzt noch nicht lohnen aber du bist feld 36 sagst du ja landhandel LVE das ist doch der hier unten das ist unten ja mhm oh mit motor starten geht besser sagst du ja das hatte ich für ein gerücht ja ich dachte ich hätte den knopf gedrückt für motor start aber scheinbar schon mal nicht richtig mit motor ist aber auch langweiliger ne ja auch für die umwelt und alles ja muss auch ne ich habe vier abzeichen also landen abzeichen und sechs emotes erst mal angefangen was hast du gehabt tschuldigung sechs emotes und vier abzeichen genau ok kann man nicht viel mehr abzeichen haben kann man nicht viel mehr abzeichen haben kann man ja man kennt die wahrscheinlich fast jeden monat aber ich dachte mir wozu brauchen wir zu viele ne das gibt twitch das nicht vor ich habe keine ahnung weil ich denn keine habe warte ich habe damals so ein abzeichen also tatsächlich die die ich habe die alle twitch abzeichen die sind auch von der seite nur fertig gekauft die habe ich nicht selber gemacht oder machen lassen aber das sind auf jeden fall mehr das sind irgendwie sechs oder acht ich müsste jetzt nachgucken weil dann macht es doch direkt sinn alle abzeichen zu haben weil dann hast du im besten fall das gleiche design mit keine ahnung klassiker unterschiedlichen farbkombinationen also im zweifel auch ne geldfrage ne ja aber zwei zwei mehr sollten jetzt nicht den preislichen rahmen sprechen Asta ich weiß ja was die modes kosten mhm also außer paul meint er muss irgendwo das teuerste kaufen ne sag ja nur könnte ein grund sein um nicht alle zu nehmen frag mich eher was das thema sein wird ob der beim käse bleibt ja wie auch reichen würden du brauchst ja nicht für jeden anders ein neues und theoretisch will auch eins reichen wo war das denn also ich kann aber ich kann auch irgendwo rum keine äh follower emots hochladen kannst du das mike ne dafür musst du tatsächlich äh wenn du affiliate bist 60 mal so 60 tage ich glaube das kann ich auch immer noch nicht hintereinander 60 tage nicht hintereinander aber seit du affiliate bist 60 tage wo ist er aber drin also 60 streams ist doch paul schon drüber oder nicht nein wo noch nicht ganz so dürfen wahrscheinlich vielleicht 10 oder super paul fehlen und äh krieg erster gemacht oder was ja hier abonnenten abzeichen es sind 6 es sind 6 abonnenten abzeichen bin ich der meinung 1 monat 2 3 6 9 und 12 ich habe Basis 2 monate 3 monate 6 monate 9 monate 1 jahr 1,5 jahre 2 jahre und ab dem 16.09.23 kann ich noch eins wird noch eins freigeschaltet ok muss ich mir nochmal angucken ich habe 6 6 davon aber anyway ja du kannst auch wenn du schon 2 jahre hast 2 jahre 3 jahre ja wahrscheinlich weil du noch nicht diese Zeit hast ich weiß gar nicht wann bist du affiliate Uwe ist ja schon viel länger affiliate wie ich also ja da ihr schon 24 monate und länger teilweise dabei seid sollten wir das haben ich habe nur irgendwann nie wieder muss ich gestehen reingeguckt weil ich hatte halt diese 6 abzeichen und habe die hinterlegt aber jetzt muss ich jetzt ist der Ärger jetzt geweckt dann muss ich nochmal gucken vielleicht kann ich mir dann auch nochmal coolere Badges einfallen lassen übrigens ich finde das Bild nicht ich bearbeite es dir gerade damit du das hast auch wenn es eine miese Qualität sein dürfte na danke Uwe ja das ist ja also wenn du die Zeit hast sehr gerne wenn nicht frage ich im 2.2 auch gerne mal Lenny ob der noch noch irgendwie sowas hat also ich habe das Bild fast fertig ok oder hat der das Bild damals das hat auch Mobbing welches mich ja damals auch bekommen oder nicht der hat es auch gemacht oder nicht ich glaube war das Mod Michael oder Mobbing ich habe das ich glaube der in Anführungszeichen seriöse Bild habe ich nachher Mobbing mit Michael geschickt ja dann ist es bei ihm wahrscheinlich ich glaube auch aber ob er das noch hat weiß ich nicht guck doch mal in dem Verlauf nach ich habe es ihm nicht geschickt das ist alles an mir vorbeigegangen ey meine Paul das ist über Lenny das war damals über Lenny aber warte mal vielleicht Lenny fragen oder habe ich noch hier einen Chat mit Lenny warte mal ja oder das mal irgendwie muss ja Lenny ja drangekommen sein aber warum sind denn diese diese wunderschönen ich sehe gerade das Foto und ich will es nicht ich will es nicht haben warum du hast es zu spät gesagt jetzt kriegst du das Bild bin fast fertig ja Astrid hier ich habe warte mal schick dir die Bilder von den Autos von denen ich gestern von denen ich gestern gesprochen habe so ähm was gibt es zu tun ja ja einmal die Supra und dann daneben der Lupo der 3 Liter Lupo Mikefeld19 müsste auch geerntet werden ich guck mal ob es eine Mission dafür gibt oh er gibt nur 4000 Euro für also lohnt sich nicht sagste naja oh alter da ist einer durch mich durch die Öl schüsselt naja du wirst direkt nebenan lohnen würde sich das im Zweifelsfall schon ja dann nimm an so ich bin leer jo aber dann gleich äh gleich ohne Verträge äh mach ich ohne genau ja was ist da drauf auf der 19 äh Hafer ok ja das geht ich musste gerade überlegen so äh hä was will er mit sagen äh Hafer ist ist drauf genau nicht dass da Mais drauf ist und äh ne 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 das genau ne jetzt richtig hab ich extra drauf drauf geachtet dass das geht ok den sag ich er ist halt direkt nebenan ne es ist Mike nur einmal zur Straße fahren nach rechts abbiegen und äh aufs Feld quasi drauf Uwe ja also äh ich mein äh ja hee ja äh Nia wollte nachher um 21 Uhr noch paar Andere Neuligen TTT beibringen jaa nur so als Angebot hätte du mir gesagt es äh geschrieben dass sie dir auch noch Bescheid sagen soll wenn du willst dann Darüber aber ja Ist das nichts zu tun? ich habe gerade meine aufgabe abgeschlossen mehr oder weniger jetzt schon zu zweit sind sie haben post ich habe die auslösung noch anpassen das ist nicht so viel weißer rahmen ist wir müssen die flüge abgeben ja schnappst du dir mal so ein flug die stehen da hinten in der in der halle da hast du mein rohr danke bitte hat nämlich ein fehler gemacht hallo ich wollte auch wir machen das zusammen einmal ich brauche ja auch arbeit müssen wir sind mit zum händler bitte da gibt es jetzt auch neue flüge wenn wir eh schon dabei sind gerade investitionen zu tätigen mit dem neuen anhänger dann holen wir jetzt noch die neue flüge dann gehen wir von den kleinen auf sechs meter flüge die lizards hatte ich ja vorhin auch mit draufgepackt neun wie warum neun dann nee das wäre jetzt die frage nicht nicht warum neun sondern dann vielleicht über neun neun meter wir sind jetzt was sind das vier gehen dann auf sechs meinst du nicht dass das schon reicht es ist halt ein klick mehr naja es geht mir nicht um einen klick das ist easy aber ich würde erstmal sagen wir fangen mit sechs metern an und können immer noch mal genau können uns immer noch mal steigern so jetzt haben sie noch eine neue version wäre sie gucke ich sofort und bitte lachen sie leise frau astra ich bin ich bin ein fröhlicher glücklicher menschen genau jetzt jetzt das wir haben unsere späßchen soll ich mich soll ich jetzt hier weinen soll ich das lieber wenn ich das aber das bild siehst ja du hast keine fahrzeuge warum kann ich in dieser werkstatt nichts reparieren ja nie kann ich nicht gehen wir ja aber ich bin ich gar nichts mehr ich bin ich gar nichts geändert ja habe ich eben auch festgestellt aber ich kann in diesem träger nicht sehen also komm du gerne mal kurz her in diesem träger steht bei mir einfach nichts deswegen bin ich gerade so ein bisschen los oder wo ist der warte du bist zu nein ist es zu weit hinten und ich habe zu weit vorne abgestellt echt ja hier kann ich aber nur konfigurieren oder reparieren fuck wo kann ich denn hier gegenstände verkaufen beim händler ja da stehen wir hier ja auf der anderen seite paula wie voll bist du 60 prozent naaa noch eine hauswand so ich glaube hier da guck dir das an alter einmal durch die schnauze gezogen den flug danke dafür so gut ich würde sagen nachdem wir schon mal rausgefunden haben wo wir gegenstände verkaufen können sind wir schon im moment erst mal fertig liebe leute wie immer vielen vielen dank dass ihr euch gefallen hat natürlich auch gerne dass sie uns hier nach oben da lassen macht's gut bis zum nächsten mal tschau 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 Vielen Dank.